Löst der sich gerade auf? Jetzt ist er ein Skelett? Ja, es ist jetzt ein Skelett! Ist das geil? Geil! Oh, wie cool! Warte, ich mach mal Lichter an. Ey, wir müssen so eine Dinger vor unserer Bucht machen. Oh, wie cool ist das denn? Wie geil! Aber ist das jetzt freiwillig, oder was? Ja, längst wieder. Will sich Ritsch auf vereben. Warte, bewegt dich doch nicht so viel. Aber du warst ein bisschen falsch rum. Man hat ja dein Gesicht nicht gesehen. Und stell dich, warte, das weiß ich nicht. Pass auf, warte, das kann man auch. So, und irgendwie kann man das öffnen, oder so? Nee. Das ist so ein Käfig, ne? Ah, ja. So, alles klar. So, das war's. Dann tschüss, na? Bis morgen. Wie bist du da reingekommen? Attach. Machen. Wie? Machen? Was machen? Du guckst nach oben, damit du das eh hast. Ja. Da wo Rays, da gehst du auf Attach-Giver. Warte, ich bin so nah. Achso. Oh. Aber das ist alles falsch rum. Das muss anders rumhängen, ne? Bis morgen. Was? Wie bist du da jetzt rausgekommen? So. Du bist ein Cheater. Nur mit E, ganz einfach. Aber das ist VPVP cool, ne? Ja. Und Orben habe ich auch noch einen Käfig. Oh, ein bisschen. Genau. Aber, 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 warum hast du so eine Gerätschaft nicht in deinem Privatbereich? Also, du gehst schon ziemlich da offen damit um, ne? Ja, habe ich doch gesagt. Was ist das Scheiß? Ja, hast du hier gesehen, Kotzer? Ja, ich komme gleich rein. Ich habe mir gerade eine gedreht. Ja, mach das. Halte das sonst hier nicht aus. Alles gut. Ah. Ich bin drin getrugt. Guck mal, da habe ich auch einen Käfig. Hier. So. Du kannst das öffnen mit I, aber... Mach mal ein. Nee, mach mal zu. Nee, kannst du nicht. Du kannst die von drinnen nicht öffnen. Gut, Kotzer, ne? Also, ich schmeiße dir ein paar Kekse dann zwischendurch. Ich habe mal den Only Admin Access angeschalten, ne? Tschüss. Geh mal rein. Geh mal rein. Du bist Admin. Ah, stimmt hier. Wie hast du das gehört? Kann man das machen? Ja, kannst du einstellen. Das ist nur der Admin Zugriff. Oh, dann können wir alle bestrafen hier und in den Käfig werfen. Mach mal mit dem Kleinen da unten auch. Wir mussten die nur anlocken irgendwie. Genau, an den Strickleiter auch. So, sehen wir mit Full Metal. Hier geht es nicht. Hier geht es nicht, okay. Hier geht es nicht und beim Seil geht es auch nicht. Ach, was. Oder warte mal doch, vielleicht, wenn man das runter macht. Dann mache ich nochmal ein Gefängnis. Genau. Weil wir sind die Leute ja sowieso betäuben, auch aus dem, aus demselben, aus derselbe Company. Nee, hier betäuben. Im Käfig werfen oder beim Schlafen tragen. Kann man die beim Schlafen tragen? Ja. Wo ist von Metal Jacket? Also, er hat sich. Den kannst du jetzt in den Käfig sperren da oben. Ich werde ihn aber ausziehen. Oh, das ist gemein, ja. Ja, ein bisschen. Er wird sauer. Aber er hat es verdient. Die Bemalaktion. Er wird so sauer sein, das kannst du dir nicht verschrillen. Man sieht ja alles so ein bisschen wie Liebe, ne? So. Oh. Ups. Moment, ich habe Body fallen lassen. Okay. Ja, ein bisschen eng, nee. Oh. Ja, verletz ihn mal, Bande. Er fällt die ganze Zeit auf den Boden hier. So. Warte, machst du einen Guide gerade an? Äh, hier. Ja, habe ich. Aber zieh ihm aus, nicht, dass er seine Rüstung verliert. Zieh. So, ich tue ihm Kekse mal rein. Ich habe ja sogar welche hier. Das Geile ist, du kannst ihm, du hast ja auch Zugriff auf dem, auch wenn der da drin liegt. Er sagt, du kannst dir nichts öffnen. Nee. Oh, er wird so böse sein. Er wird mir das nicht verzeihen, ne? Das ist korrekt so, ist richtig so. Eigentlich, eigentlich müsste man so ein Ding hier mitten auf dem Marktplatz stehen. Ja, finde ich auch. Ja, lass mal machen. Ja, lass mal machen. Das Fundament bauen, so in die Höhe. Da brauchst du auch keine Fundamenten. Brauchst keine Fundament für. Doch, doch. Lass mal, doch, lass mal hier. Warte, ich habe die Idee. Wenn, dann muss er von allen gesehen werden. Also muss er erhöht werden. Das ist die. So langsam finde ich das auch gemein. Und davor stellen wir ein Schild. Davor stellen wir ein Schild als Strafe für Bootpink anstreichen, drei Tagehaft. Dann sitzt er die ganze Woche hinter da drinnen. Oh, das ist geil. Oh, der Arme, ich gebe ihm ein Kieps. Man muss lernen, man muss seine Crew. Aber, weißt du, was noch cool ist? Also das hat Full Metal Jacket auf dem Arc Server gehabt. Da haben ihn wirklich vom Vogel runtergeholt, ne? Und dann haben die im Käfig reingesteckt. Und zu Base gebracht. Und da waren auch andere Spieler, die auch in Kiefigen saßen. Und die haben die Leute betäubt und gefüttert und Wasser gegeben. Du kannst mal den Bären rufen, der will irgendwie nicht abwählen. Verstehst du, was das ist? Wie gemein das eigentlich ist? Also die Leute könnten nichts machen. Das Spiel war für die eigentlich durch. Weil die haben die gefüttert, die haben dem Essen, Trinken gegeben. Und die waren die ganze Zeit in Kiefigen. Wie böse ist das denn? Aber Full Metal Jacket hat angefangen zu singen. Er hat die ganze Zeit nur gesungen. Und dann haben die ihm freigelassen. Das ist so geil. Das ist auch so eine geile Geschichte, ja. Machen wir ein Fundament. Aber du bist morgen online, ne? Nicht, dass er... Hä? Du bist doch Ur. Du hast mal festgerufen. Ich habe doch Ur gemacht, hey? Ich habe nichts gerufen. Ja. So, ich kann es versuchen. Soll ich es ins Kind stellen? Ja, machbar. Naja, es passt. Moment. Ey, cool den mal da raus. Wo ist das Schloss? Da ist das Schloss. Da liegt Kacke. So. Hier ist Dünger. Und hier kommt das Schild, ja? Was werde ich hier unten hinstellen, wo ich jetzt mal ein Pferd hinstelle? Warte. Ja, warte, warte, warte. Geh mal weg mit dem Pferd. Da. Wir kennen ja noch eine kleine Kiste, da können wir sein Zeug umpacken. Ich bin immer noch betrunken. Ey, wann hört denn das auf? Ist zugeschlossen. Warte. Äh, Kat, wann hört das auf, dass man betrunken ist? Hast du Grock getrunken? Ja. Bis der Dieb auf unten getrunken. 300 Sekunden. Und ich habe irgendwie noch Bier. Aber du hast ja dafür auch... Hörst du, Nahkampfschadenbonus hast du von 500. Das ist cool. Ja, wenn man besoffen ist... Also müssen wir besoffen kämpfen. Ja, weißt du, das passt doch. Ich kriege das irgendwie nicht gerade. So. Genau. Und jetzt reinschreiben, warum er bestraft wurde. Straftat? Oh. Ich finde das geil. Oh, der Arme. Oh, der Arme. Aber ich gebe ihm ein paar Kekse. So. Mal gucken, ob er über Hub Online kommt. Wahrscheinlich gleich. Mal gespannt. Als coole ist, ich kann echt auf sein Inventar zugreifen hier. Und er ist aufzumachen. Okay. Okay. Okay, du schreibst, dann bräuchten wir noch eine kleine Kiste für sein Zeug. Genau. 24 Stunden Haftstrafe für ein Färben eines Schiffes. Ja. Für rosa ein Färben eines Schiffes. Ja, rosa vor allen Dingen. Ja, das hatte ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, wie rosa mein Schiff ist? Doch, doch. Aber das rosa, das war verdeckt noch von der Sicht her. Achso. So, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Da ist eine Kiste. Ich habe ja eine perverse Idee, ne? Nein. Also perverse wollen wir nicht wissen. Was haltet ihr davon, wenn wir das Schild noch rosa machen? Er hat, guck mal, die Straftat ist hier bestätigt. Er hat eine Pistole mit einer rosa Farbe. Warte. Ja. Was, wie eine Socke. Was, wie eine Socke. So, jetzt habe ich kein Mitleid mehr. Jetzt muss es sein. Das gibt es ja. Sogar zwei Pistolen hat er sich besorgt, falls eine Kaputt geht. Mhm. Der Sock. Trafen muss sein. Achso, die Region noch. Äh, wie war das? Ne, das ist schwarz. Ach, das ist schwarze. Also, das hat ein bisschen gedauert. Hallo. Heiko, du kommst gerade richtig. Keine Diskussion. Ne, du kommst gerade richtig. Komm mal zum Marktplatz. Ja. Komm mal zum Marktplatz. Äh, was muss ich auf die Schatzsuche mitnehmen? Kleider? Haken? Waffen. Komm jetzt zum Marktplatz. Hey, ich lade ein. Jetzt, warte mal. Kein Stress. Weil der alte Mann, der alte Mann kann nicht so schnell. So. Ach, ich geh mir ein Vampirchen holen. Mach das. Was habt ihr denn gebaut? Ah, nix. Nur so. Ah, eine Kiste reicht nicht, ne? Müssen zwei sein. Du noch eine Kiste bauen. Bist du noch auf dem Schiff? Ich? Nein. Ja? Oder in deinem Haus? In meinem Haus. So, wir brauchen eine Kiste. Hast du ihn mal angeschrieben? Sicher nicht. Musst du einen Screenshot machen und ihn mal schicken. Oh. Habt ihr ihn aufgehangen oder was? Ne. Das haben wir auch schon versucht. Ja, das war der. Der hat nur die Spritfustole mit rosa Farbe bei ihr gehabt. Ah, okay. Oh, oh, oh. Okay. Ja, besser gleich sehen. Ja, ich hol aber... Ja, okay. So, noch hin. Äh, ich hab keine Feuerwaffen, ne? Ich nehm nur Brandpfeile, ne? Hm? Ja, das ist doch okay. Okay. Du wirst jetzt zwar mich mit anzünden, aber es egal. Ich zünde alles an, was sich bewegt. Hm. Oh, scheiße, der Apfel rennt ins Haus. Ja, das war ich. Da könnte ich mich immer noch für... Ja. 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 Sieh mal, geht ihm da gut oder stirbt er schon vom Liegen? Ne. Der schläft ja, da hat er reduzierten Schaden. Hm. Kannst du ja noch mal einen Wasserbehälter... Aber ich geb ihm mal Essen, weil er hat Hunger, ne? Ich geb ihm mal. Ich futtere ihn ein bisschen. Fütter ihn mal, ja, seine vom Fleisch rein. Genau. Alter. Ich trinke nie wieder Gin. Ey. Oh, ihr habt das alles probiert. Okay. Oh ja, da bei dir fliegen so Sachen durch die Gegend. Blubberbläschen. Ist ja geil. Da kann er schlafen, endlich. Ja. Kannst du ja mal versuchen, die Tue hochzumachen. Hä? Das geht nicht. Ja. Doch, das geht, guck mal. Nur Admins dürfen. Aha, ich muss kein Admin sein. Was sind das hier unten? Gibt's hier was? Oh. Ja, das sind seine Sachen. Das ist mittels. Das sind seine Sachen. Nein. Nein, nur jetzt so gemeint wollen wir jetzt auch nicht sein, doch. Ja, okay, okay. Geht los. So. Schatzsuche. Ja. Warte, ich mach mal Screenshot. Ich mach mal Screenshot. Ich mach mal Screenshot. Ja. Geil, okay. Okay. Oh, der Arme. Na gut. Okay. Wasser mitnehmen ist wichtig. Essen ist nicht. Wie geht's mir, wie geht's? Ich mach mal Stexi. Ich hab mir hier. Da ist das nicht. Abschneiden. Ich mach mal. Ah, ich mach mal. Dios, ich mach mal. Ich mach mal. Ich mach mal. Ich mach mal. Okay. das wird dann eigentlich einfacher das lied aber dann einfacher wenn man besoffen ist mittendrin wird es einfacher mann das ist doch mies gemacht weil ab und zu hast du dann verschiedene buchstaben auf derselben linie es ist das hier untersteht you're drunk es ist krank ja genau kann es ja damit kann ich gelacht ich weiß nicht nicht dass du dich dann frisst ein bisschen erlöst kann ich jetzt runter mein herrchen juhu tja heute ist es hier sag mal wie viel leben hast du denn in richtung stirbt doch jetzt noch ein paar leben habe ich noch ja 69 67 und 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 es hat weniger ich kann mich zu gucken sehr cool ist du schon enge hochsteigen genau ich bin schon engel jetzt wird es so droht er hat der sicht wird doch oder oder nächstes von augen bei bei warum wir dann sollten es noch und kommen muss qualvoll sein ja genau so einfach ist das nicht jetzt dürfte aber das schild auch nicht mehr ändern kettner jetzt ist dein lokal eingeweiht ach so wer hat das denn jetzt gemacht bitte passt ja jetzt ne jetzt passt es ja so wie haben wir noch 22 21 20 oh gott ey oh man doch mir selbst zu sagen was stirbst du endlich ein qualvoller tod warte ich kann mir das nicht angreifen ich muss ihn erlösen 11 10 9 schieß ihn runter 8 7 kann man abschieben jetzt geht 5 4 schieß doch nicht auf mein haus ich lade mal in ruhe nach 1 und tot in der tat da hängt er oh scheiße er hängt oh nein oh nein er hängt tatsächlich kann man in der kanickel daneben hängen man kann mit der leiche auch nichts machen ey wir müssen den kanickel mit bestrafen sonst wird sich irgendwann rächen wie jetzt boah da kommt ja einfach aus dem haus was der zaubertritt also ich glaube du bleibst da jetzt hängen also nicht runternehmen du bleibst da jetzt hängen ne warum nicht ja warum nicht ich würde ja echt gerne mal wissen ob da irgendwann nun uns klett hängt hab ich jetzt das kanickel ja lass ihm die klamotten an er ist schon ein er das bist nicht du ich hab mal ne frage bedeutet die nummer darunter dass du dir so und so viel gehangen bist weil dann wäre das schon echt viel ey du hast ja ein tattoo er hat ein herzchen das ist ein richtig fein das tattoo hallo ja total wo war der das denn das sehe ich gar nicht ach so wie soll ich wendet mich die sonne ach da ding dong guck mal er hängt da ich glaube ding dong spuckte auch geld aus ist das geil kennt leute mal die mittagsglocke so noch einen brauche ich mit schwarzen haaren vielleicht vielleicht ja also zwei hängende leichen finde ich schon ganz gut und dann noch ein paar ungehörter daneben ne 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 Wo ist denn dein Hase hin? Habe ich den auf der Schulter? Ja. Ja, die hast du auf der Schulter. Musst du zweimal F drücken. Löst der sich gerade auf? Jetzt ist er ins Gelett. Ja, es ist jetzt ein Skelett. Ist das geil. Geil. Oh, wie cool. Warte, ich mache mal Lichter an. Ey, wir müssen so eine Dinger vor unserer Bucht machen. Oh, wie cool ist das denn? Wie geil. Aber er ist jetzt freiwillig, oder was? Jetzt will ich... Ich will sich Ritsch auch vor ihm. Will ich dich hochziehen? Ja, naja, muss sehr. Wir lichten hier noch am Boden. Ach so, was ist das? Deine Klamotten, ja. Er hat sich ja ausgezogen. Kann mir jemand mal so einen Hut machen? Ja. Ja, ich mache dir ja so einen Hut. Fein, die Fein. Ah, so will ich mal fast gemacht, ne? Mach mal was denn, dein Video davon. Das mache ich doch die ganze Zeit schon. Ach so. Naja, wenigstens ist das nicht so qualvoll für ihn, ne? Er ist ja betrunken. Ja, stimmt, ja. Ja, genau. Kranse. Aber da müsste eigentlich noch jemand in den Käfig. Aber ist ja auch blöd, jetzt wurde er schon... Aber da in den Käfig kann man auch bestimmt sterben, aber wer macht das freiwillig? Er muss elendlich verhungern, ja. Ja, das ist lange dauern. Kann man auch mal machen, wenn er an der Hunde hat, soll ich da reinstellen. Aber das ist jetzt auch blöd, wenn er jetzt da freiwillig hängt. Wir wollten ja noch bestrafen wegen den erschossenen grünen Papageien. Ja, das macht er jetzt gerade. Er bestrafft sich selbst. Er schießt ihn doch. Er schießt ihn doch. Apropos, ich hab ja noch einen gut, ne? Wie erschießt du ihn? Ich hab einen, habe ich noch gut. Ja, na dann mach doch. Mal gucken, ob das auch dann funktioniert. Oh Gott. Wisst ihr, dass ich das gar nicht... Ich darf das gar nicht hochladen, so viel Gewalt. Was? Du musst das ab 16 machen, Mensch. Was? Das ist kinderfreundlich. So. Ja, warte, warte, warte. Oder will ich jemand anderes... Man soll seine Kinder nicht erhätschen, man muss sie mit der Realität konfrontieren. Ja, genau. Man wird erschossen auf dem Strick. Ist klar. Ja, laden schon. In Gitterreinchen und auch noch erschießen. Ja, stimmt. So, Fullmetal, willst du noch mal? Ich erschichte dich auch freiwillig. Ja. Warte, aber jetzt kann ich nix runter... Ach so. Ich bin so doof, ich hab ein Bett geh du rein. Nö. Doch. Aber zieht euch aus, zieht... Na gut, dann mach ich nicht, weil ich mal Videos. Nee, noch jemand anderes. So, jetzt fängt Eva, ich fängig hier noch niemals. Aber die Klamotten musst du da... Willst du moitern oder weiter? Also ich bin gerade dreimal gestorben. Meine Sachen da noch dran... Na gut, okay. Okay, ich mag's. Ich mag's. Aber ich muss mich mal kurz ausziehen. Nee, ich muss mich mal kurz ausziehen. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich da dran komme, dann... So, okay. Äh, Rich, deine Rüstung ist aber auch zerstört, ne? Ja, ist die da noch dran, die Rüstung an meinem Körper? Wie hat hier alles drin? Ja, dann nimm das raus, dann reparieren wir das. Soll mal auf Access Inventory gehen. Okay, alles klar. Ich geh mal in den Käfig, ne? Jo. Wartel. Wartel, kann ich ja schießen. Nee, ich mach, ich mach, ich. Ich mach, ich mach, ich mach. So, ihr muss mich noch hochziehen. Es ist aber auch falsch rum, das Teil, ne? Denk ich schon, ja. So, bist du mal umdrehen. Das stört dem Skelett nicht, wohin nicht guckt. Ja, ist egal. Ist egal, das passt schon. Oh mein gosh! Ja, geil, zusammengesackt. Zusammengesackt, ja. Schon sehr cool. Guck doch hier in den Dings rein. Guck doch hier in die Schenkel rein, ne? Und zink mal hier. Guck durchs Fenster, ja? Ich hör, ey, Gett, lass den Kopf dir hängen. Das schreit, lass mich raus. Ja, eins nach dem anderen. Beide machen nicht durch. Oh, die arme, oh Gott, ey. Wisst ihr, dass es irgendwie schräg ist, was wir gerade machen? Wer hat die Sachen da bitte angebahnt? Da gibt's aber auch einen coolen Spruch für, ne, Gett? Wie scheiße bis zum Halt steht, der soll den Kopf nicht hängen lassen. Okay, jetzt hab ich zwei Skelette. Aber der weibliche gefällt mir ein bisschen besser. Hä, wieso? Weiß nicht, sonst. Fünste anatomisch besser, ja. Ja. Nein, der Mensch ist viel cooler. Also wissen wir ja, was wir das nächste Mal mit Fuhl machen, wenn er nochmal was rosa macht. Also das ist ein Skelett, das habe ich echt nicht gedacht. Ist ja krass, ne? Schon sehr cool auf jeden Fall. Ja, ist schon krass. Oh, noch mal, mach ich noch ein Screenshot hier. Sieht sehr cool aus. Upsa. Ich würde auch gerne ein Screenshot machen, aber meine Leiche liegt da und es glänzt hier alles so. Ist das so viel? Ja, bei mir geht's. Hast du deine Leiche schon ausgezogen? Ja, ich hab ja sowieso nichts drin. Ah, doch, Kugel hatte ich drin. Ja, trotzdem leuchtet alles. Oh, bist du eigentlich noch? Ich hab mich mal ein bisschen geärgert, Bert Wulf, ne? Wulf, was soll? Ja, ich bin absichtlich langsamer neben dir gerannt. War ja gefahren. Und das cool ist, die stören nicht, das ist jetzt Dekon, ne? Da kann man durchlaufen. Okay, das ist cool. Ach, das ist toll. Hehehehehe. E-Star-School! Ja, sehr cool. Hast du ein drittes Glätte, oder was? Ne, noch nicht. Das dauert noch ein Stück. Aber ich finde das aber auch geil, dass sie sich realistisch einscheißen. Ja, so wie bei dir, was? Ja, es ist ja wirklich so. Wenn Leute sich erhängen oder generell sterben, geht ja auch die Muskulatur flüten, ne? Jo. Okay, jetzt bin ich Skelet, aber... Ja. Aber ein bisschen doof, weil so hinten mäßig, ne? So hinten mäßig? Gitt, gitt. Durch ein Fenster kann man meinen Kopf sehen. Du könntest ja dein Crewmitglied holen, was so komisch über der Kanone bügt. Jetzt hat er hier auch eine passende Position. Ja, genau. Ach, ist das geil, ist das geil. Ja, sehr cool. Du bist immer noch nicht angezogen. Du bist immer noch nicht angezogen.